Guten Tag und herzlich willkommen zum ITEM Erklärvideo Produktinformationen im ITEM Online Shop. Um technisch komplexe Produkte wie die von ITEM richtig zu verwenden, werden vielfältige Informationen benötigt. Detaillierte Maße, Einbauinformationen oder Montageanleitungen. Abgerundet wird dies im ITEM Online Shop noch durch erklärende Videos und 3D-PDF-Anwendungsbeispiele. Wir nehmen hier als Beispiel die ITEM Sicherheitsaufhängung 8.8. Wird nun das Produkt aufgerufen, so sieht man als erstes das Produktbild. Kleine Icons erläutern spezielle technische Eigenschaften. Darunter kann man auf eine bemaßte Zeichnung des Produkts umschalten. Neben dem Bild werden die Stückliste des Produkts und ausgewählte technische Eigenschaften aufgelistet. Details zur Verwendung und zum Einbau des Produkts finden sich unter dem Tab Details. Im Reiter Übersicht finden sich weitere Karteireiter. Unter Zubehör werden sinnvolle Zubehörprodukte wie zum Beispiel zur Montage notwendige Werkzeuge gezeigt. Unter Downloads finden sich die Montageanleitungen des Produktes. Wer nun noch mehr Informationen zu dem ausgewählten Produkt wünscht, der kann sich zum Beispiel das erläuternde Produktvideo anschauen. Dieses lässt sich nach Login auch herunterladen. Last but not least stehen auch noch 3D-PDF-Anwendungsbeispiele bereit. Diese erläutern in 3D anschaulich die Funktion des Produktes. Nach Login können die CAD-Daten, Stückliste und die 2D-Zeichnung des jeweiligen Beispiels heruntergeladen werden. ITEM. Ihre Ideen sind es wert.